Das zehnte Sternschen dieser Episode widmet sich den vielfältigen Beziehungen zwischen der Europäischen Union und dem Rest der Welt sowie der Bedeutung von Mehrsprachigkeit in diesem globalen Kontext. Die Europäische Union ist mehr als nur ein Zusammenschluss von 27 Mitgliedsstaaten, die untereinander verhandeln. Sie ist auch ein wichtiger Akteur auf der internationalen Bühne und pflegt Beziehungen zu Ländern auf der ganzen Welt, von den USA über China bis hin zu Ländern Afrikas oder etwa am Balkan. Diese Beziehungen umfassen den Handel, die Diplomatie, Entwicklungshilfen für EU-Beitrittskandidaten und vieles mehr. Gerade bei Themen, die die ganze Welt betreffen, ist es förderlich, wenn globale Beziehungen stets aufrechterhalten werden. Der Klimawandel ist in dieser Hinsicht sehr zentral. Die EU kann zum Beispiel nicht ignorieren, dass China mit die größten Treibhausemissionen weltweit verursacht. Das Parlament kann zum Beispiel eine wichtige Rolle dabei spielen, China in seinen oft stagnierenden Bestrebungen des Klimaschutzes anzutreiben. Die EU arbeitet also international mit anderen Ländern und Organisationen zusammen, um den globalen Klimawandel zu bekämpfen und eine nachhaltige Entwicklung zu fördern. Ein großer Anspruch, den die EU grundsätzlich hegt, ist, dass die Akteure in den Institutionen zu 100 Prozent dieselben Voraussetzungen haben, um sich in der politischen Arbeit einzubringen. Ein wichtiger Aspekt dessen ist die Sprachbarriere. Die EU hat diese nämlich völlig abgebaut, indem eine kommunikative Möglichkeit in insgesamt 24 Amtssprachen geschaffen wurde. Durch die Förderung von Sprachenvielfalt und den Einsatz von Übersetzern und Dolmetschern trägt die EU dazu bei, Verständnis und Zusammenarbeit über nationale und kulturelle Grenzen hinweg zu fördern, was banaler klingt als es ist. Denn die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt, hat der Sprachphilosoph Ludwig Wittgenstein einst gesagt. Sprache formt die gedankliche Welt eines Menschen und demnach nicht zuletzt auch unser politisches Verständnis. Die Mehrsprachigkeit ist ein so fester Bestandteil der EU, dass im Parlament rund 700 Dolmetscher arbeiten. Diese hochqualifizierten Fachkräfte sind verantwortlich dafür, dass die simultane Übersetzung des Parlaments und der Debatten stattfinden kann. Der barrierefreie Zugang zu Debatten soll zudem auch auf der Seite der EU-BürgerInnen ermöglicht werden, wie in Episode 11 näher erklärt wird.